Musik Diese Wertschätzung, dass andere sehen, was wir geleistet haben, dass man das dann auch nach außen kommunizieren kann und nicht immer nur von der eigenen subjektiven Meinung eigentlich abhängig ist. Das wäre unglaublich und da komme ich schon Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so glücklich gewesen bin, weil ich koche einfach schon so lange und hänge mich immer so viel rein und es ist so schön, endlich mal was damit erreicht zu haben. Das bringt immer einen richtig neuen Schwung, glaube ich, mit rein, dass man noch glücklicher einfach bei der Arbeit ist, noch mehr leisten kann. Musik Musik